Die OMV ist schon Partner, seitdem ich noch nicht einmal zum Skispringen angefangen habe. Und das ist doch schon über 20 Jahre her. Die langjährige Partnerschaft zwischen ÖSV und OMV zeigt von Vertrauen in uns. Und das wollen wir natürlich mit Erfolg wieder zurückgeben. Ich habe bis jetzt nur positive Erfahrungen mit allen OMV Tankstellen gemacht. Egal wo wir hinkommen, ein Tankstopp bei der OMV mit einem guten Sandwich und Viva Kaffee. Und dann kann es wieder weitergehen. Wir haben gerade ein paar Rumpen mit dem KTM-X-Bootrad. Natürlich braucht man auch einen kräftigen Kraftstoff. OMV Max Motion hat einfach die Versprechen perfekt dafür. 11. Untertitelung des ZDF, 2020